Ja, wo steigt die Party? Da ist die Party. So, habe ich schon noch jemanden? Ja, komm, auf geht's. So. Wir sind wieder gemeinsam unterwegs bei einem altbekannten WG. Ja, das können wir ja schon. Das ist jetzt, glaube ich, die Zugwindspitze. Jetzt kenne ich sie langsam nämlich alle wieder. Ja, also. Was los? Geht schon los? Nee. Gut. Okay. Jetzt wollen wir uns mal wieder vorbereiten. Gibst mal ein paar Plätzchen, Tischler, entdeck dich. So muss es sein. Happa, happa. Oder man hat keinen Kampf. Weißt doch. Also, wenn auch ihr immer gut gesättigt seid, dann seid ihr meistens ja auch relativ gut gelaunt. Also, jedenfalls, mir geht es so. Also, ich brauch's auch gar nicht so verheimlichen. Ich mag ja gutes Essen. Ja, gucken wir uns mal das Setup ab. Hmm. Jam, jam. Jam, jam, jam. Ja, gut. Okay. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch ein Spiel, ja? In Shady. Von Slim Shady. Kennt ihr Slim Shady? Eminem ist ja auch so ein Sinn. Also, Slim Shady ist so ein Sinn. Nimm für jeden. Guckt mal. Ich hoffe, ich kann euch heute mal ein Wunsch zeigen. Und es soll diesmal wirklich nicht an mir liegen. Jo. Komm, wir machen mal. Ich glaube, ich muss hier noch buffen. Nee, okay. Äh, Oster wäre wirklich nicht schlecht. Haben wir hier eigentlich einen Priester? Natürlich haben wir hier einen Priester. Nee, Jäger. Iiii. Jäger. Oh, guck mal. Hier, wir haben hier sechs. Nee, stimmt gar nicht. Fünf Droiden. Da muss was gehen, oder, Leute? Bei Droiden. Oh. Haben wir jetzt mal Oster? Nee, haben wir nicht. Oder? Das ist doch... Schutzkrieger. Okay. Schutzkrieger. In PvP. Alles klar. Na, auf geht's. Wenn es jetzt fünf Pfeiler wäre, wäre das natürlich richtig krass. Und so, ja, hier, kompletter Overheal. Dann kannst du, glaube ich, so komplette BG irgendwie niederzergen. Was natürlich jetzt auch nicht gerade so der Bringer ist, aber... Ja gut, das wäre natürlich blöd, wenn die genau auch wie dieser komische Schamane hier mit dem gut aussehenden Ausrüstung reinkommen, aber komplett grün, ja, zu wenig KP und reißt nix. Das wäre natürlich richtig mies. Okay. So. Das sieht schon gut aus. Lidenary. Kann ich auch was essen? Nee, ich glaube nicht. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen bei der Horde. Vielleicht haben die es ja vergiftet. Keine Ahnung. Oder haben da reingelulut. Ich weiß es ja nicht. Ja, die haben sich dann gedacht, oh, die... Jetzt kommt gleich die Allianz da. Tun wir denen ein bisschen... Tun wir die mal ein bisschen ärgern. Und tun wir doch einmal ins Essen rein, Lulu. So. Ja, wo steigt die Party? Da ist die Party. So, habe ich noch jemanden? Ja, komm, auf geht's. So. Feuer frei. Oh, ich hoffe, die Kugel geht in die richtige Richtung. Hm... Jetzt kann das die Priester werden. So. Die Kriegst du rein? Kann nicht so... Komm, auf geht's. Was ist denn jetzt los? So. Sagt aber auch mal hier. Was los? Machen wir Aua hier. Warte mal den Dings hier um. Okay. Bloß eine miese Klopperei. Ich will hier den... Ach, mach doch mal den Todesritter. Äh... Gibt's doch gar nicht, warum wir den Todesritter nicht dauern. Dann heilt wird er das. Ja. Irgendwie schon, ne? Und das Felsreißer. Ja. Schon für ihn. So. Auf geht's. Antimagische Höhle hat er jetzt. Na komm, ich mach jetzt... Was ist denn das? Das Pet, Jägerpet, ne? Ist doch... Ich stehe jetzt mal down. Dann gleich nochmal hier die Dings zünden. Mal hier die Kugel. So, jetzt sind's an mir dran. Oder? Ne, doch nicht. Doch. So, festfrieren. Tschüss. Sag doch mal auf Wiedersehen hier. Auf Wiedersehen. Komm, auf geht's. Sag doch mal auf Wiedersehen. So. Tschüss. Genau. Hamkey. Mr. Hamkey, they kiss me too. He love me. I love you. Kennt ihr das? Von Zaw Park, das Lied? Das fand ich sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall. Oh. Was ist los? Ja, die... Wir müssen die Flagge tappen. Ja, war klar. Okay, dann holen wir uns die Flagge wieder. Was soll das? Mr. Hankey. Jupsi. Na, komm doch, Freunde. Auf geht's. Kann ich den irgendwie... Ja, okay, lassen wir ihn in Ruhe. Ist ja egal. Bringt ja nix. Pat, komm her. Warte mal, Pat. Elementar, komm her. Komm her. Wo bist du denn? Hallo? Hallo? Das sind ja nicht Leute, die Deffen. Nee, ne? Deft ja auch keiner. Das ist natürlich echt blöd. Aber was soll's. So, dann holen wir uns auch gleich mal die Flagge. Zurück zur Gruppe. Ja, im Teamkämpfen ist immer besser als alleine. Weil wenn du hier wirklich alleine unterwegs bist und so... Siehst du mal hier... Siehst du auch die rote Brigade da hinten. Ja, das ist doch der rote Baron. Ja. Okay. Das Team ist da drüben. Dann gehen wir auch rüber. Ja, das war wohl nix. Sind alle im Wasser gelandet. Wirklich... Guck mal, die versuchen auf jeden Fall... Wie nennt sich das immer... So die Nachhut abzu... Ey. Lass mich doch mal in Ruhe, du. Ich beiß dir in die Ohren, du Elfe, du. Ja. Bäh. Das war's. Euer Charakter stirbt. Bäh. Wie die überschreit. Aber ich bin ja nahe jetzt hier im Schlachtfeld. So. Gut. Wie haben wir denn nah? Da. Na. Da. Da. So. Jo, komm. Komm, 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 komm. Auf geht's. Hier rein. So. Meine schöne Kugel. Wo ist die? Äh. Melisandra. Die kennen wir doch schon. Die will ich jetzt umhauen. Komm. Tschüss. Tschüss, Frau Jägerin. Beißt ihr in die Nase. Ein Bär. Beißt ihr auch woanders hin. Wo es weh tut, natürlich. Das habt ihr jetzt wieder gedacht. So. Auf geht's. Komm. Warte mal, die. So. Jetzt will ich aber mal hier eine tote Jägerin sehen. Bisher. Ich mag ja. Ja, gut. Ja. Ich mag keinen Jäger. Sagen wir mal so. So. Was willst du denn jetzt schon wieder hier? Wieso gar nicht dein komisches Gedanken schon ganz so. So. Jetzt mal den Dings. Oh. Ich komme wieder zurück. Ich bin euch geheilt. So. Vampirberührung. Ich glaube, das geht los. So. Schau dich, du. Ich mache mal auch. Ich verpasse ja auch mal einen Debuff. So. Gedanken schon. Was willst du denn jetzt? Knall dir einer rein, du. Knall gleich zweimal. So. Kugel. So. Bam, 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 bam. So. Tschüss jetzt hier mal. Ja. Kannst du deine komische Dispersion für dich behalten? Ich kenne nicht alles, du. Dein Schattengeist. Was willst du denn jetzt? Hier. Komm mal. So. Sag doch mal tschüss jetzt hier. Boah, die ist ja voll nervig, die Olle. Jetzt. Warum habe ich einen Schattengeist jetzt organisiert? Gibt's doch gar nicht. So. Sehr schön. Ist die Olle auch weg. Ey, aber die Horde ist schon wieder. Das gibt's doch gar nicht hier. Zwei, äh. Zwei Siege, das gibt's doch gar nicht, Mann. Ja. Das dürfte irgendwie halt keine. Das ist irgendwie das Problem, ne? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt mal hier einen Anstandspunkt haben. Auf jeden Fall. So. Ja, hier. Was soll ich die nehmen, oder was? Nee. Okay. Okay, hast du genommen. Bravo, Mönchi, Mönchi. Genau. Ich steig mal hier aufs Pad auf, dann kann ich der mal folgen. Anstandspunkt muss jetzt auf jeden Fall mal sein und so, ne? Oh, die gibt hier richtig Gas und so viel Bär und so ist die echt schnell. Was ist die denn jetzt? Bärchen. Ja. Das ist halt das Blöde, wenn du da irgendwie so schnell vorrennst. So, guck mal. Wenn wir mal hier festhalten. Was ist denn die Flagge? Wer hat denn die Flagge hier? Hat der die Flagge? Kaddi, ja, der hat die Flagge. So, ich hol jetzt auf jeden Fall mal die Flagge zurück. Scheißegal. So. Komm. Ey, was für ängstigend und so. Es geht los. Ich hab hier Angst vor einem grünen Schnabel, vor einem grünen Ork, oder was? Mach den Lila, ich hau den Lila, du. So. Alter, der wird hier schon wieder geheilt und das find ich aber gar nicht lustig. Komm, auf geht's. Ich will ja jetzt meine, ich will jetzt mal hier einen Anschlusspunkt haben. So, was ist mit meinem Pet ja nicht jetzt hier. Stopp den. Komm doch mal her. Oh, ich muss den, glaub ich, hier defensiv. Nee. Passiv, so. Oh, Mann. Stopp den nochmal jetzt hier. Ey, geht mir voll auf den Keks, Leute. Wisst ihr das? Aber richtig auf den Keks. Ja, toll. Ja, das kannst du ja nicht schon fassen. Was sagen hier? Was ist denn das? Hm. Oh, Mann. Immer hier bloß eine blinde Schlägerei der Allianz. Das gibt's doch gar nicht und so. Ich glaub, in der Kneipe und so werden die wirklich die Besten. Naja, gut. Ich wär natürlich... Ja, dabei wär ich nicht. Ich bin ja zivilisiert. Ja, okay. Drei Lusen-Folge geht natürlich langsam an die Psyche, aber was soll's. Ich bin natürlich ein positiver Mensch. Lass mich davon natürlich nicht einschüchtern. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall im neuen BG wieder. Also, in den nächsten BG wieder. Und, äh, da werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ne? Ja, habt ihr gesehen, also, ich hab... Langsam wird's auch besser bei mir. Ich hab auch natürlich das Glück gehabt, und so, wir hatten sehr viele... Selbst, äh, viele Heiler. Aber leider irgendwie sehr unkoordiniert. Ich muss, glaub ich, wirklich mal die Federführung übernehmen. Das geht da nicht, aber... Ja. Ciao, Mann. Bis dahin, sag ich, tschö. Mit...